So, hallo! Hier in dem Video geht es um drei Begriffe, die in Fleisch und Blut übergehen müssen, damit man nachher, wenn man die allgemeine Sinusfunktion behandelt, weiß worum es geht, weiß was man rechnen muss und so weiter. Was wir jetzt hier haben in grün ist die normale Sinusfunktion, hier oben sieht man es, Sinus x, und zwar auf der x-Achse das Bogenmaß abgetragen und auf der y-Achse, dazu kommen wir jetzt gleich, Das erste, was wir wissen müssen, ist der Begriff, der bezeichnet, wie weit quasi dieser Hochpunkt von der x-Achse weg ist, wenn es die normale Sinusfunktion ist. Also wie weit ist der Hochpunkt von der x-Achse weg, man könnte auch sagen, der Ausschlag, der maximale Ausschlag der Sinuskurve, das Ganze nennt man Amplitude a. Ja, wenn man noch nicht verschoben hat die Sinusfunktion, dann ist die Amplitude a zum Beispiel hier zu sehen, oder auch hier, hier, hier oder hier, das ist immer das gleiche. Ja, Problem wird sein, wenn ich jetzt diese Sinusfunktion nachher anfange zu manipulieren, zu verschieben und so weiter, könnte die ja auch so aussehen. Jetzt ist diese hier, ist um 0,5, man sieht es hier vielleicht, nach oben verschoben. Ja, jetzt ist plötzlich der Beginn hier bei 0,5. Wenn ich aber jetzt Amplitude machen würde, hätte ich hier, mal guckt, 1,5 und hier nur 0,5. Ja, deswegen macht man das eigentlich genauer mit der Amplitude a, dass man sagt, ich nehme jetzt einfach den Abstand von Hochpunkt zu Tiefpunkt, weil dann ist es egal, ob ich die verschiebe und nehme davon die Hälfte. Ja, dann habe ich auch die Amplitude. Heißt also, Amplitude ist die Hälfte des Abstandes der y-Werte von Hoch- und Tiefpunkt. Gut, der nächste Begriff, den man braucht, ist, wie lang ist denn eigentlich eine Schwingung? Hier mal eingezeichnet, wenn es hier losgeht, schwingt einmal hoch, runter, geht nochmal hoch, ab hier geht es nochmal von vorne los, so, die Länge auf der x-Achse für eine Schwingung nennt man Periode P. Wenn man nachher das Ganze auch wieder verschiebt, nach links, rechts, hoch und runter, ist es einfacher, weil eventuell dann die, nochmal hier gucken, hier stimmt ja diese, die Nullstelle ja gar nicht mehr, im Endeffekt. Geht man besser hin und macht den Abstand nicht von hier nach hier, sondern von Tiefpunkt zu Tiefpunkt, hier ist der Tiefpunkt, da ist der Tiefpunkt, der Abstand ist genauso groß, oder von Hochpunkt zu Hochpunkt, das wäre dann das hier. Also auch das ist die Periode. Also nochmal, die Periode P ist die Länge einer Schwingung in x-Richtung. Man misst das, Abstand, Hochpunkt, Hochpunkt in x-Richtung oder Tiefpunkt, Tiefpunkt. Oder wer es wirklich so machen will, wenn es nicht verschoben ist, von Nullstelle zur übernächsten Nullstelle. Weil hier ist die Nullstelle, da ist die nächste, ich muss aber bis hier hin, also zur übernächsten. Gut, zweiter Begriff war Periode. Dritter, letzter Begriff, den man braucht, ist, wenn ich jetzt diese Funktion in x-Richtung verschiebe, nicht hoch und runter wie eben, sondern in x-Richtung. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Wenn man jetzt guckt, vorher ging die Nullstelle, war hier, da sieht man es nochmal, das war vorher, jetzt ist es nach rechts verschoben. Die ganze Sinus-Funktion, die Amplitude ist immer noch gleich, aber die ganze Kurve ist jetzt hier um diesen Betrag nach rechts verschoben worden. Dieser Abstand hier, der da, den nennt man Gangunterschied. Kürzel ist x0. Sagt nichts anderes, wie weit habe ich diese Sinus-Funktion in x-Richtung verschoben? Gangunterschied x0. In unserem Fall hier wäre das 0,6. 5 Kästchen, wenn das 1 ist, 1, 2, 3 Kästchen wäre hier 0,6. Gut, wenn man diese Begriffe drauf hat, die 3, dann kann man eigentlich loslegen, mit den Formeln entsprechend zu arbeiten, mit der Sinus-Funktion. Hier haben wir es nochmal. Vielen Dank.